Und auf in Runde Nummer 2, das ist ja eine ganz schön wilde Karte hier. Ich weiß ja gar nicht, ich wäre hier mit den Bombern nicht durchkommen auf die Basis habe ich das Gefühl. Das wird wohl doch auch eher direkt auf Botenziele hinauslaufen. Ja, aber den Bunker habe ich schon mal nicht rausgenommen. Dann reicht es halt einfach nicht. Obwohl ich halt mehrere Bomben sucht habe abzuwerfen, hat es halt nicht für den Bunker gereicht. Ich habe auch noch zwei Flachs rausgenommen. Okay, aber sowieso, also ganz ehrlich, das ist keine Runde für einen Bomber. Wir konzentrieren uns jetzt hier wieder auf Jäger-Action. Ah, E-100. Der Feind hat die Initiative! Kannst du bitte richtig geile Dog-Fights machen zwischen den Hochhäusern. Die fliegen hier alle dort unten rum. Heule, die Waldfeder, da habe ich auch Bock zu. Zwischen die Häuser bitte rumfliegen, Hochhäuser. So, schön, schön, herrlich. Okay. Oh, schönes Ding, schönes Ding. Komplett aus dem Leben geschossen, ey. Emotional Damage. Na ja, dann haben wir schwer getroffen. Dann haben wir auch. Junge und schön an die Hochhäuser vorbei. Eine schöne Runde. Oh, und noch einen! Und wir haben keine Munition mehr. Das ist Ergolitsch. Ich muss kurz weg. Ich muss kurz nachladen. Train, train, train. Oh, noch einen! Hinterhaltsserie mal drei. Kein Gegner hat eine Chance. Ah. Wuhu! Okay. Noch, Leute? Jetzt wird es noch enger. Wir haben erst einen leichten Schaden erlebt. Ah, bis jetzt läuft's. Oh, macht Spaß. Macht Spaß. I like it. Was will er denn? Will auf unsere Basis gehen. Kann ich ja so nicht zulassen, oder? Auch wenn wir da ein bisschen so die Actionzone verlassen müssen. Aber den können wir nicht ganz davon kommen lassen. Mit dem, was er davor hat. Was? Siehst du? Null Probleme. Moment, 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 Moment. Oh ja. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Alles rausgeballert. Ah, es gibt doch bestimmt eine Abschusshilfe, oder? Guck, ich habe ihn zweimal getroffen. Abschusshilfe, herrlich. Rausgenommen. Ei, 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 ei. Oh, das geht weiter. Uh, 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 uh. Ja, das haben wir nicht bekommen. Nicht das Haus mitnehmen. Oh Gott. Ach, verdammte Axt. Haha, eine geniale Runde. Leute, oh, das war schön. Äh, Flieger, rette dich. Äh. Okay, dann nicht. Oh, eine geniale Runde. Schön, hat Spaß gemacht. Ich denke, das klappt ja mehr sogar. Dann gehen wir nochmal rein. Acht Abschlüsse, schöne Runde. Und auch zwischen den, äh, 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 Häusern dort. Das ist eine schöne Kampfzone. Spinnbegeistert! Spinnbegeistert! Auf wen gehen wir jetzt? Und wir haben Interviewe. Wurde wohl er werden. Wurde mich? Ich hätte ihn aber vorher rausgenommen. Das war schade. Komm, rein mit dem Mik. Mikoyan Gurwitsch. Langsam kristallisiert sich's raus. Der Gegner hat nicht mehr so viele Leute. Wir haben jetzt 1, 2, 3 verloren. Er hat schon ein paar mehr. Mit rechts brauche ich nicht rüber gehen. Ich glaube nicht, dass der lang genug überleben wird. Beziehungsweise ist halt auch so Action Time zwischen die Häuser so vorbei. Ich hätte ihn gern noch angesnackt, aber ich habe ihn nicht bekommen. Da waren wir wohl zu langsam. Auf jeden Fall irgendeine Scheiße bauen hier mit die Häuser. Den bekommen wir. Wenn ihn nicht vorher jemand anders bekommt. Okay. 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 Wir sind erfolgreich. Jawohl. Wir brauchen eine schöne Runde. Wir brauchen eine wirklich schöne Runde. Wir sind sogar bloß noch Zweiter geworden. Ja, am Anfang mit so... Das war die Jag 1B. Genau. Das war Premium. Ganz ehrlich, das ging richtig ab. Der hat nicht ein... Flugzeug rausgenommen, aber 0,7. Guck mal, es sind bald drei Bodenziele. Und 0,7 Schaden sind mehr wert als neun Abschüsse. Aber ist okay. Ich will mich nicht beschweren. War eine geile Runde. Leute, lasst ein Like da. Hat echt Spaß gemacht. Ich werde das auch jetzt alleine dastehen lassen, das Video. Eigentlich solle das ein zweites Video werden. Mit einer vorherigen Runde mit den Sowjets zusammen. Deswegen am Anfang die komische Anmod. Aber das werde ich jetzt alleine stehen lassen, das Video. Weil ist gerade zu Beginn zu genial. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Zusehen und Liken, Teilen, Kommentieren, Abonnieren und so weiter. Ihr wisst, was abgeht. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. San Francisco. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.